Hallo Präsenz. Sorry, ich wurde vorhin unterbrochen. Daemon. Du bist ein Daemon. Aha. Und welcher? Hoffnungslos. Wieso hoffnungslos? Hallo. 4.60. 4.60. Aha. Gibt's hier aber nicht. Ja klar kannst du mich hören. Ich kann dich hier auch hören. Das ist Hausnummer 18. Gibt's hier auch nicht. Leben. Gerne. Deine Seele. Meine Seele kriegst du nicht. Das kannst du vergessen. Immer noch da. Ja klar bin ich noch da. Was soll ich denn sonst sein? Ja. 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 Das stimmt. Die Menschen sind immer noch da hinten. Stimmt. Ja. Die hassen euch. Ja. Ich hasse euch aber nicht. Gibt halt solche. Die können damit nicht umgeben. die finden das lächerlich. Ich aber nicht. Ich höre euch zu. Ja. 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 Ey. Noch ein Richtig Präsens. 30 was ist mit die zahl 30 entspricht was entspricht die werden ich habe wovor hast du denn ganz außer kein angst zu haben tut sich doch keiner was welches licht du hast angst ins licht zu gehen oder was brauchst du aber nicht siehst du denn das licht präsenz ist das ein helles licht bin ja da geht doch einfach hinein du brauchst keine angst zu haben du siehst das licht jawohl dann geh doch hinein du brauchst keine angst zu haben wenn du hinein gehst fühlt sich ganz befreit geh doch einfach ins licht fühlt sich total befreit präsenz das kam und ich wünsche dir den kompletten frieden aufhören du wirst es gut haben wenn du ins licht gehst und ich wünsche dir den kompletten und ich wünsche dir den kompletten